Viele Pubs und Brauereien in Großbritannien könnten wegen gestiegenen Energiekosten im kommenden Jahr vor dem Ausstehen. Wie die British Beer & Pub Association am Montag mitteilt, müssen Pubs und Brauereien mit einem durchschnittlichen Minus von 20% rechnen. Sollte die Regierung wie bisher geplant ihre Unterstützung bei Energierechnungen Ende März nächsten Jahres auslaufen lassen. Das ergaben Berechnungen, die der Verband beim Beratungsunternehmen Frontier Economics in Auftrag gegeben hatte. Hinzu kommen die hohe Inflation, die höhere Kostenverursache und auch bei den Kunden die Lust auf einen Pappesuch dämpfe, heißt es in der Mitteilung. Eine Pappbetreiberin beklagt, wir kämpfen mit unseren Rechnungen, aber so geht es unseren Kunden auch und wir werden also von zwei Seiten eingeschnürt. Der Verband fordert von der Regierung in London eine langfristige Garantie dafür, dass Energiekosten und Pachtverträge fair und vernünftig seien. Die Unternehmen seien anfällig für Preissteigerungen in der gesamten Lieferkette und gleichzeitig unter dem Druck, die Kosten für die Verbraucher nicht zu erhöhen und die Kundschaft nicht zu verlieren.